Ich kenne das, wenn ich bei meiner Mutter zu Hause reinkomme. Das Erste, was meine Mutter sagt, ist, weiß, wer tot ist. Und dann guckst du die an und sagst, nee, Renate. Und dann stehst du da und denkst, welche Renate? Und ich könnte schlau sein und sagen, ach, das ist ja schrecklich. Und fall jedes Mal drauf rein und sag, welche Renate? Och, du kennst doch Renate. Sag mal, ich kenne keinen. Ach, Ingrid. Die hat doch neben dem Sportplatz in das Geschäft gearbeitet. Ich sag, wo? Wo Tante Monika montags ist, da ist die dienstags. Ich sag, jetzt nicht mehr. Auch immer in dem Zusammenhang schön der Satz, wenn sie sie siehst, kennst sie sie. Ich sag, oh, das wird schwer.